Dear Christian Falsch, my whiskey friends, welcome to my whiskey, yeah, whiskey, dark, happy Easter, ja, also frohe Ostern wünsche ich euch natürlich, ähm, muss ich meine Brille wieder zurecht machen, ähm, ja, wünsche ich euch natürlich wieder schöne Ostern, ich hoffe, ähm, ihr feiert schön, oder habt schon ein bisschen gefeiert, ähm, ich werde nachher noch ein bisschen feiern, ähm, ja, heute habe ich ein Whisky wieder mal mit, ja, und, äh, ich mache heute ein Gewinnspiel noch zum Schluss, ein kleines Gewinnspiel, das ich, äh, ja, schon beim St. Patrick's Day machen wollte, aber da hat das alles nicht so hingehauen, warum wohl, ja, und, ja, aber, ähm, das mache ich zum Schluss, jetzt kommen wir erstmal zum Whisky, Ja, und zwar habe ich heute hier ein kleiner Rabbit, ähm, ein kleiner Rabbit, stellen wir kurz hier, ich wollte Ihnen Whisky zeigen, und zwar habe ich heute ein wieder mal, oder, äh, ja, wieder mal einen, oder wir machen besser genau, wir sind heute, und zwar sind wir heute bei The Hill and the Mill, ja, ähm, no, The Mill and the Hill, yeah, ähm, nicht der Berg oder der Hügel in der Mühle, sondern umgekehrt natürlich die Mühle auf dem Berg oder in dem Berg oder auf dem Hügel, und zwar ist das Tamna Wulin, ja, Tamna Wulin liegt in der Spaceside und wir sind somit heute also in der Spaceside, ja, den Tamna Wulin, und zwar habe ich heute den Tamna Wulin Singemouth Scotch Whisky White Winecast Edition, und zwar ist das ein Sauvignon Blanc Cast, da hat er einen Finish bekommen, vorher ist der ein Ex-Bourbon Fässer gereift, das ist die Umverpackung wieder mal, sind immer die gleichen, bloß bei, ähm, die mit Cherry, die Färzen sind so rot bis dunkel, äh, rosa, und, äh, dann gibt es noch den Bourbon mit Braun, und ich hatte ja schon alle, glaube ich, von, von denen bis jetzt, außer die Hochs, die, also die älteren Whiskys, die von 1900, ich glaube 1970, 1975, 1982 oder so, ähm, sind aber auch Unsummen von Preisen, und, äh, ja, man muss, ich kaufe ja jetzt nicht mehr alles, hab ich ja gesagt, dass ich nicht mehr alles kaufe, ähm, ja, hier haben wir die Flasche, ja, hier unten ist das dann so gemacht, und zwar ist das, äh, oder habe ich schon gesagt, 1966 gegründet, ja, ich glaube, dieser Whisky ist, steht zwar hier nicht drauf, kühl gefiltert und nicht gefärbt, aber er kommt mit 40% Alkohol-Lumen, deswegen, denke ich mal, wird gefärbt sein, äh, Johnny Saxton, ja, ähm, was wollte ich sagen, ähm, 1966 gegründet, ja, und gereift ist er in ein, ähm, ich muss das, ich kenne mich mit Wein nicht so aus, das ist ein Sauvignon Blanc, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, und wenn nicht, scheißegal, ähm, ähm, ja, was wollte ich sagen, ja, da ist er gereift, und zwar ist das ein Weißwein, äh, ein Weißwein, finde ich, genau, und Weißwein, das Whisky ist in Weißweinfässer gereift werden, es kommt nicht so oft vor, meistens sind es ja, äh, Cherryfässer, also in Rotweinfässer, meine ich, ähm, ja, und dieser ist aber mal in Weißwein gereift, ja, der andere waren zwei Stück in Red Wine, die haben mir beide gefallen, und, ja, äh, eigentlich haben mir alle gefallen, die ich bis jetzt hatte, von Tamna Wollin, äh, der Whisky selber hat mir gefallen, das Preis-Leistungs-Verhältnis auch, wieder Bombe, sage ich euch nachher, und, ja, mehr brauche ich eigentlich dazu nicht sagen, weil ich habe ja schon immer wieder was erzählt, und ich glaube, das ist jetzt der fünfte aus dieser Reihe, oder sechste, sage ich schon, ja, dann werden wir einfach mal gucken, wie einer mit Weißweinfass, Weißweinfass, wie, 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 ja, ja, wie, 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 genau, Weißweinfass, ja, okidoki, wie markinizing, Oh, hm, 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 hm ja jetzt wunderschön kommt jetzt sanfte melone ja leicht leicht melone nicht zu ja auch wieder hier grüner apfel und auch jetzt hinterher für sich ja für sich ganz klar die melone die ich eben hatte die geht jetzt so etwas rüber zur honig melone genau es war erst es war erst die normale die rote melone und jetzt ganz klar wird sie überzogen von der süßen honig und geht drüber zur honig melone es ist aber alles nicht über stark ja wird halt ein junger whisky sein natürlich ist wahrscheinlich auch nur ein paar monate gereift weißwein fasst komische deutsche wort weißwein fasst ja ok der honig und die für sich ganz klar sowie leichter weißer zucker würde ich sagen er hat ja auch schon hier zehn minuten oder 15 minuten gestanden okay 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 slain schuhe herrliche saftige zitrone Und beim Runterschlucken kam gleich ein süßer Antritt von Ahornsirup, ne Melone nicht, etwas flüssig habe ich im Mund, mit Honig verbunden, süß, schön süß, die Kokosnuss, die man hier drin hat, in der Nase, die da haben, du hast nicht im Mund das drin, ne, nein, im Mund hast du nicht, aber in der Nase immer noch, man kann, ja, sagen, dieser Whisky, er geht ziemlich schnell weg, er hat, würde ich noch nicht mal zum mittellangen Abgang sagen, auf gar keinen Fall, ich würde sagen, er geht schnell weg, er ist sehr lecker, am Anfang, verfliegt aber ziemlich schnell, also wenn man das ganze Zeit im Mund haben möchte, so doll, dann muss man die Flasche also ziemlich schnell austrinken, Dann hat man das immer drin, sonst wunderbar Ja, drinne, die grünen Äpfel bleiben noch, der Honig auf alle Fälle überwiegt, die Süße hier drin, die bleibt, die bleibt, die verfliegt nicht, aber wie gesagt, im Mund ist ja ziemlich schnell weg Okidoki, Slideshow Wow, lecker Genial, genial, gefällt mir wieder sehr gut, dieser Honig, Zucker, die süße Karamell, aber leider zu schnell weg, Das ist nur beim ersten Schluck, kommt er wirklich so rausgedroschen, wenn man runterschluckt, dass man sagt, oh, schön süß, Zitrone, das Karamell, jetzt Weintrauben, auf alle Fälle grüne Weintrauben, mit dem Fülsisch verbunden, wunderbar, aber er ist gleich weg wieder, leider, ich müsste gleich nachgießen und dann noch wieder, Ja, gefällt mir, haben wir wohl wieder sehr gut gemacht, obwohl ich dazu sagen muss, die in die Rotweinfässer, haben mir besser gefallen, die waren einmal wirklich sehr gut, beide gewesen, überlecker, dieser ist auch lecker, aber er hat nicht so, bleibt nicht so lange, wie gesagt, im Mund, das ist das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht, ja, aber egal, er ist trotzdem gut, für den Preis, er kostet 25 Euro, glaube ich, ja, und den kriegt man auch noch, und wer Thumbna Bullen mag, schmeckt, wenn euch der Abgang nicht zu schnell weg ist, leider, aber sonst wirklich, schöner Whisky, kann man nichts falsch machen, Johnny Sachsen, and Ike Fallon, ähm, ja, das war's dann, achso, was wollte ich noch sagen, ja, stimmt, ja, bevor ich das Gewinnspiel mache, habt ihr das letzte Mal gesehen, was war, also gelesen, ähm, ich glaube in London war das Gewinnspiel, oder in Scotland, ich weiß gar nicht, irgendwo war ein, ähm, äh, wie heißt dieser Whisky, Springbank Whisky, genau, ähm, 10 wurde verkauft, zu Ehren, oder zu Ehren, zu, äh, ähm, angeblichen Erlös, geht nach Ukraine, wegen Krieg da, kennt man ja alles hier, ähm, und da haben die sich tatsächlich gekloppt, gekloppt haben die sich da, wegen dem Whisky, ja, da kam die Polizei, und da war ein Typ auch gewesen, und der hat nicht locker gelassen, den mussten die richtig in Mangel nehmen, und der wollte auf die eindreschen, weil er wollte die Flasche haben, die haben da schon, äh, auch davor angestanden, wie so, so eine Vollhonks, die da stehen, manchmal wegen, ähm, wie heißen diese Baubucks, ähm, ja, Baubucks heißen sie einfach, wenn sie da übernachten, irgendwo Tage vorher, weil da, keine Ahnung, äh, Playstation 5 gibt's, oder so, Playstation 5 kann man auch anders besorgen, yeah, äh, was wollte ich sagen, ähm, ja, äh, ja, und dann haben die sich da rumgekloppt, und der eine war am Anfang, die mussten die richtig abführen, und dann erstmal ist er, glaube ich, in Auslösungszelle, oder so gekommen, äh, ein paar Vollbarbucks, I really, 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 fuck it up, okay, äh, ja, jetzt machen wir das Gewinnspiel, und zwar ist eigentlich eine ganz einfache Frage, ich habe zwei, es hat natürlich wieder mit Rupki zu tun, eigentlich Rupki, ihr kennt mich ja nun mal, ähm, ich mache auch diesmal nur eine Frage, und die ist auch nicht schwer, und bei mir kann man diesmal, kann einer nur gewinnen, diesmal nicht zwei oder drei, das liegt aber nicht daran, dass ich hier nicht genug Geschenke für euch immer habe, ich habe da schon genug, ähm, das liegt einfach daran, ich habe im Moment keine Samples mehr hier, also keine Sampleflaschen, die muss ich erst besorgen, ich habe, glaube ich, nur noch eine hier, und die ist dann halt für den Whisky, kann man gewinnen bei mir, den Whisky, kann man bei mir gewinnen, und zu dem Whisky gibt es denn noch, ähm, ja, wir, ja, müssen wir zeigen, wegen St. Patrick's Day war das ja eigentlich gewesen, äh, haben wir das hier, ja, was ist das, ja, das kann ich euch kurz mal zeigen, ich mache das mal hier kurz auf, nicht der Genie, der das gewinnt, wundert sich, war schon hier ein bisschen Beule drin, oder so, das ist, äh, Pepper and Soul, ja, Pfeffer und Salz haben wir, könnt ihr reinmachen hier, zwei Guinness Dinger, ja, könnt ihr eure, äh, wenn ihr Breakfast macht, könnt ihr eure Eier schön würzen damit, ja, den Bacon, ja, Baked Beans, ein Toast, könnt ihr überall Pfeffer und Salz drauf machen, Tomatoes natürlich nicht vergessen, ähm, und die Mashrooms, ja, die brauchen wir, ähm, ja, so, das könnt ihr bei mir gewinnen, und ein Sample von, diesen Whisky, Whisky, leider habe ich erst zu spät gesehen, äh, ich glaube, heute, ja, heute war das, habe ich gesehen, äh, und, da haben mich schon wieder drei Leute nominiert, für, ähm, nach, wie heißt das, drei Standard-Whiskys, 2022, das heißt, nicht schon wieder, waren jetzt nicht böse gemeint, ähm, ich wollte das, habe ich zu spät gesehen, und hätte ich das auch noch gemacht, aber ich mache das dann ein anderes Mal, dieses Whisky, äh, Whisky-Video, natürlich bedanke ich mich, wenn ich schon dreimal nominiert werde, auf alle Fälle, ich wurde, glaube ich, nominiert von Whisky Space, äh, Olli, let's go, oh, oh, ähm, ja, dann wurde ich von Schaans Whisky, Ecke, oh, mate, got it, und, da war noch einer, wer war denn das, das war doch so ein Dicker gewesen, ich weiß gar nicht mehr, so ein Dicker mit langen Haaren, ja, Mensch, Mensch, fällt mir gar nicht schon wieder der Name ein, äh, ja, Mensch, ach ja, Wikey, Whisky, Wikinga, schwing die Axt, yeah, come on, boy, hurry up, ähm, ja, bad's grease, ähm, grease, ähm, ja, das wollte ich noch sagen, und dann, ach ja, dann habe ich ganz vergessen, ich mache ja noch, äh, wahrscheinlich wird das August sein, so, Mold Hat, ja, ich hab mir schon mal, wegen der Challenge, ich hab mir schon mal, ähm, letztes Mal ein Paket einfach mal so gekauft, aus, auf Verdacht mal so, ich weiß ja wie viel ich esse, oder noch nicht wie viel, und locker, 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 Alter, was ist los, Alter, vier Dinger, 10 minutes, over, game over, in 10 Minuten hab ich game over gemacht, gefinished, well done, Whisky Duck, schon weg, kamen zwei sozusagen, unten und zwei oben hin, ja, zwei, alles rein da in den Mund, und vier Magnum Eis waren weg gewesen, ja, das ist erstmal schon ein kleiner Eindruck zu der Challenge, damit du Bescheid weißt, ähm, ja, es werden noch weitere Eindrücke folgen, ach ja, 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 nach und nach, ist ja noch etwas Zeit, okay, dann wünsche ich euch natürlich ein schönes Osterwochenende noch weiter, eure Familien, feiert schön, esst schön, äh, trinkt schön, und hoffe, dass ihr alle gut gesucht habt, im Garten oder im Wald, oder im Auto, oder im Bett, oder unter dem Teppich, keine Ahnung, und, ähm, ja, dass ihr alle gesund bleibt, äh, steht, bleibt, bleibt alle gesund, meine ich natürlich, und dann natürlich, ach so, ich hab ja noch ganz vergessen, das kommt davon, weil ich alles durcheinander immer rede, ähm, ja, ich hab ja ganz vergessen, die Auflösung vom Rätsel, schreibt ihr unten natürlich alle rein, wer möchte, und wer mitmachen will, und dann die Auflösung, wer gewonnen hat, kommt nächste Woche dann, genau, nächsten Samstag mache ich dann, äh, ja, nächsten Samstag mache ich dann hier, verkünde ich den Gewinner, okay, jetzt ist aber gut, okay, bis zum nächsten Mal, see you later, alligator, мне gehten, Slahn, se ... Vielen Dank.